Und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen Runde Minecraft FreeBild hier auf meinem Kanal. Und ja, nach dem langen Punkt jetzt mal wieder was. Abonniert mich auch. Nein. Ganz einfach nicht. Äh, so. Zum uns erstmal Blöcke kurz. Ähm, mein Kanal zur ersten Beschreibung von Julian. Oh mein Gott. Ich, lops, ich mach mir auch noch Werbung für den Kanal. Ich sag da jetzt mal ganz kreis, einfach gar nix zu. Ata, enderseits. So, und zwar jetzt werde ich auch mal wieder aktiver auf YouTube wieder. Und jetzt gehen wir mal hin. Ja, die sind heute müssen durchgeknallt. Mein, 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 Leute. So, abends aufgetroffen. Als erstes, ähm, baue ich hier jetzt mal ein bisschen an den Wänden. Was haltet ihr von solchen weißen Wänden? Ein bisschen, du bist überhaupt. Äh, bei mir am Atmenhaus. Atme. 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 Also, du kannst bei euch nicht fliegen. Nur weil du Bärer bist. Nicht ET. Äh, okay. Gibt, E-A-T-E. Ich bin schon wieder da. Wie kann man hier an was? So, das ist jetzt wieder. So, mal, ich glaube, dass man das Grünschotty findet. User left your channel. Und hat dieser gegangen. Hm, ja, dann bauen wir mal hier ein bisschen weiter, würde ich sagen. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von denen gebaut, also wie ihr das findet und was ihr davon haltet. Und was ich wahrscheinlich noch vergessen habe zu sagen, wir spielen hier gerade auf dem etmc.de Server. So, ich hoffe, das Video kommt heute noch, ich kann es auch nicht versprechen. Bei mir kommen jetzt auch wieder Aktiv-Videos, sehr wahrscheinlich, ich hatte im Moment wenig Zeit, wenig Bock. Von daher, und ja, jetzt werde ich wieder aktiv und nicht wundern, dass Together S4 die ersten drei Videos gelöscht sind, das liegt daran. Ähm, ja, wie soll ich sagen, ich bin ein bisschen im Streit, anscheinend wohl mit Saftim und Safti. Und ja, er meint im Moment halt, mir alles gerecht für den Banner wegzunehmen und solche Sachen. und dass ich nicht mehr über eine Stimme verwenden darf, was mir eigentlich nie erlaubt hat. Und von daher sind die jetzt halt nicht mehr da. Und ja, wahrscheinlich kommt die nächste eh nochmal ein neues Format hier auf den Kanal. Aber ich gucke nochmal. So. Wahrscheinlich wird die Decke gleich auch noch aus anderen Steinen liegen sein. Ähm, nur ich fand hier die Theoride eigentlich relativ nice. Und warum da Command-Blocks sind, das werde ich noch mit einem anderen Video erklären. So. Und. Hier. Diese Command-Blocks steuern nämlich etwas. Und da ist Julian. Und dann. Was ich jetzt gerade überließe. Na, glaub ich mach das Fenster bis hier nur. Lauf das dann so. So hat man dann wenigstens auch einen Durchgang von dem Ding. Und, ja. Und, dann verteilen wir hier mal schnell ein paar Fackeln. So. Gut. Haben wir das schon mal, dann muss ich sagen. Schon mal mal eventuell verziehen. Und, dann muss ich sagen, machen wir die Decke. Dann müssen wir überlegen. Haben wir Polis Enderseits. Ja. Wake up. Ich komm sofort wieder. Ja. Jetzt schreiben die im Chat. So, dann tue ich mal eben die Decke machen. Und, dann sehen wir uns noch einen kurzen Cut. Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Und, ja. Jetzt habe ich eben die ganze Decke ausgerült. Und, dann würde ich sagen, tun wir wieder Polis Enderseits. Mal ein bisschen rein. Und, ein bisschen Struktur kommt hier gleich auch noch rein. Ich hoffe, ich werde gerade nicht zu leise. mal ein bisschen biisch. Ich glaube, dass würde es nicht zu leises. und ist wird wahrscheinlich noch mal so ein Projekt folgen, so eine Art von Craft Attack und ja, da guck ich noch mal ein paar neue Blöcke machen so jetzt mal ein jetzt tanzen die auch noch vorum ich kann überlegen, ob man das vielleicht so machen soll naja, was für Deppen ich weiß nicht gerade, ob wir hier vielleicht Dings draus machen aus diesem Stein vielleicht halt jetzt zwei rein so machen und dann da diese Selaten rein machen da guck ich gleich auch nochmal ähm, ja und wahrscheinlich wird dieses, ja, We Craft Attack in den nächsten zwei, drei Wochen folgen denn ich bin jetzt erstmal für drei Wochen im Praktikum dann sind sie ja schon Osterferien, dann bin ich auch eine Woche weg und ja schon wieder scheiß Werbung und ich kann auch nicht bauen aber wahrscheinlich wenn ich will werde ich jetzt mal eben auch einen Cut reinräumen und was soll ich dann in der nächsten Folge weiter machen oder gleich nochmal so ein bisschen offscreen ich wollte halt auch unter anderem halt nur sagen wenn ich wieder aktiv bin und ja, das würde ich sagen bis zum nächsten Mal und ciao bis zum nächsten Mal